Willkommen hier aus Spa-Franco-Show zu unserer F1 2022 Megaseason. Wir sind hier in Belgien und ich habe mir was Neues für die zweite Saisonhälfte ausgedacht. Die Formel 1 kommt frisch zurück aus der Sommerpause. Hier in Spa-Franco-Show 7000, 004 Meter. Ja, diese Zahl ist in meinem Hirn gebrannt. 19 Kurven und 2 Direktionen. Diese Rennstrecke darf nicht aus dem Kalender fallen. Abonniert gerne den Channel, kostenlos, lasst gerne einen Daumen da. Heute das Qualifying und das Training unserer Megaseason. Wir werden mit Ferrari an den Start gehen. Ich habe mir gedacht, weil Charles Leclerc 80 Punkte Rückstand hat, werden wir probieren mit Charles Leclerc Weltmeister zu werden. Auch wenn es vielleicht in Wirklichkeit sehr, sehr schwierig werden wird. Schaut gerne auf Instagram vorbei, itz-tobi und auch gerne auf TikTok. Los geht's mit unserem zweiten Run. Der erste ist hier vorbei. Wir haben eine 1,47, sehr, sehr stabil. Ich fahre noch auf der alten Schwierigkeit herum. Man hat sich alles ein bisschen angepasst mit dem Update. Nach dem Qualifying habe ich das alles wieder rückgängig gemacht. Aber ich habe das Training in einem gefahren. Und deswegen wundert euch nicht, falls die Abstände ein bisschen zu groß sind. Ich habe es dann erst gemerkt. Ich fahre immer eigentlich alles in einem Trainingssegment. Ich weiß, man sollte es in allen drei, weil dann bekommt man mehr Punkte. Aber 295 ist jetzt nicht viel. Aber wir haben hier mit Ferrari eines der stärksten Autos. Ich glaube sogar das stärkste Auto im Fahrerfeld. So da, die ersten Kurven durch. Ja, das war jetzt alles sehr, sehr hunderschmuff. Das ist mein zweiter Versuch generell. Das Setup war noch nicht ganz angepasst. Ich werde euch dann natürlich auch noch auf eine Hotlab mitnehmen. Wir werden da noch ein paar Trainingsprogramme noch fahren. Und vor allem werden wir noch ein bisschen drauf blicken. Was? Gestern hat es im Training abgegeben. Mein Prediction und so weiter. Aber hier jetzt mal raus. Da gibt es jetzt neue Kiesbets, die waren von ein bisschen nach hinten verschoben. Auf Oroche gab es ein paar Änderungen. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Oroche wurde komplett überarbeitet. Man hat links diese Ecke weggegeben. Man hat da jetzt eine komplette Asphaltgraden, dass man eben nicht mehr einschlagen kann. So wie Lando Norris letztes Jahr oder auch die W Series auch letztes Jahr mit dem Starkregen. Wir wissen in den Athenien, da ist das Wetter sehr, sehr crazy. Und hat man auch gestern gemerkt beim Training. Einmal hat es strahlender Sonnenschein, dann hat es zum Schütten begonnen. Und dann wieder strahlender Sonnenschein. Also das ist echt sehr, sehr weird. Und wie gesagt, man hat auch in Kurve 1, 2, 6, 7 und 9 die Kiesbets näher an die Strecke gegeben. Und ich glaube, auch an zwei Stellen hat man die Strecke ein bisschen nur asphaltiert. Ich glaube, das war auch in Kurve 9. Man sieht auch, da ist einiges neu gemacht worden. Gerade in der Kurve 9. So, aber jetzt hier mal aus Bus Stop raus. Und das war eine Runde. Wir blicken jetzt hier mal auf das Trainingshighlights. Und dann gehen wir ins nächste Trainingsprogramm. Wir fangen direkt mal an. Natürlich mit den News des gestrigen Tages. Einmal, dass sechs Fahrer für Stappen, Leclerc, Norris, Mick Schumacher. Die anderen zwei Fälle, wenn ich mir leid, tut mir leid. Eine Strafe bekommen haben. Und dass Audi mit 2026 als Motorenhersteller erstmal eintreten wird. Man möchte auch kein Team übernehmen. Man möchte ein Team übernehmen und nicht ein eigenes aufbauen. Das wäre wahrscheinlich zu teuer. Hier, das ist das Concept Car. So könnte das Auto in ihrem Design aussehen. Man munkelt natürlich auch schon mit dem Ende von Alfa Romeo. Die sich, ja, gesagt haben, sie werden 23 aus der Formel 1 ausscheiden. Werden die wahrscheinlich das übernehmen. Lewis Hamilton und auch George Russell fahren mit einem legendären Aufdruck. Sollen ein bisschen an die alten Zeiten erinnern. Und dann ging es auch schon los. Erste Kurve. Wir sehen schon das Kiesbett. Erinnert mich ein bisschen an die 90er Jahre. Da gab es ja auch so ein ähnliches Kiesbett. Auch hier vorne wurde ein bisschen ausgebessert. Seit Freitagsfahrer gab es auch einen, den Liam Lawson, der ein bisschen profitiert davon, dass Jürgen wie Scheiße gebaut hat. Der ist jetzt die Nummer 1 als Nachwuchsfahrer. Also wenn Gasly oder Yuki Tsunoda gehen oder rausgeworfen werden, könnte er der große Nutznießer sein. Sehr, sehr freshe Frise auf jeden Fall. Los geht's hier. Der Ferrari legt los. Aber, ja, weit vorne war auf jeden Fall immer der Red Bull. Die waren immer, gerade Verstappen, der war immer vorne. Dann mitten im Training, wie gesagt, begann es einfach zu regnen. Und niemand konnte irgendwie weiterfahren. Das war echt sehr, sehr weird. So hat sich dann, blödsinn, sorry, Verstappen war nicht vorne. Natürlich, die Ferrari haben dann nochmal aufgedreht. Und dann war Sands aber auch, natürlich, man muss sagen, ja, die haben viel mehr Reifen angefahren. Auch die weißen Reifen. Und, ja, Hamilton nur, da ganz unten, er hat sich auch vorgenommen, mit einem großen Aufsinn. Er möchte mindestens noch einen Sieg dieses Jahr holen. Bin ich sehr gespannt, ob es dazu kommen wird. Dann ging es auch schon in Training 2. Es wurde etwas entspannter. Man hat sich natürlich auf die Long Runs, ja, auch drauf aufgebaut und ausgebaut. Ein paar Verbremser natürlich. Erste Kurve ist immer wieder. Lasurs, die, wie wir kennen es, die ist echt sehr, sehr schlimm. Und, ja, dann begann es natürlich wieder zu regnen. Dann mittendrin, ohne irgendeine Vorkündung. Ich habe auf mein Wetterprogramm geguckt. Es ist nicht mal Regen angesagt. Aber es begann dann einfach mittendrin zu regnen. Natürlich die Leute auf Slicks, die dann auch noch ein bisschen gepusht haben, Long Runs und so weiter, sind dann nach der Reihe von der Strecke gekommen. Zum Schluss konnten die Fahrer nochmal fahren. Aber hat natürlich jetzt einen weirden, ja, Stand zusammengebracht. Einen weirden Endstand in FP2. Verstappen vor Leclerc. Norrie auf drei natürlich. Erst Martin Landstroll, der gehört da natürlich gar nicht vorhin hin. Sainz, Hamilton, Alonso, Russell, nur etwas weiter hinten. Riccardo auch sehr stark. Die McLaren generell sind mir aufgefallen, dass die echt stark waren. Auch Albon weit vorne. Sehr, sehr interessant das Ganze. Meine Prediction kommt am Ende vom Qualifying. Wir kommen hier jetzt mal zu einer Runde. Wir fahren ein bisschen langsamer. Es ist, nein, das war jetzt hier der letzte Run unseres Rennstrategie-Programms. Ich fahre immer nur drei Runden, dann hast du Lila. Bekommst 50 Punkte und ich finde, das ist ausreichend. Also ja, die Sechs bringen natürlich nochmal 20 extra, aber so schlecht ist der Verragere jetzt nicht benahnt, dass man da jetzt ordentlich was reinpacen muss. Diese komplette Ecke wurde weggenommen. Man hat das Chalet oben am Berg weggemacht und auch die Tribüne nach weiter hinten gebaut. Aber ich denke mal trotzdem, dass die Leute auf ihre Kosten kommen, die da oben eine Rouge Radillon-Passage hocken, die werden da schon ordentlich was zu sehen bekommen. Gerade in der Anfangsphase. Das E-Herst-Management-Programm gibt uns ein bisschen Zeit. Das ist natürlich jetzt kein Pace, kein schnelles Programm. Deswegen wird es uns ein bisschen Zeit geben, hier ein bisschen drüber zu reden. War es ja so abgegangen, ja, ein bisschen neben die Steuern gekommen. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass wir da diese uralten, abgelutschten 6-7-Rundenreifen geben. Keine Ahnung, was da los war, aber ich habe es natürlich, wie gesagt, im gleichen Programm gefahren. Deswegen vermutlich auch George Vlasov 2, auch Valtteri Bottos und Alonso und Hamill. Aber ja, wie gesagt, ich habe mich auch nach Leclerc benannt, habe die Nummer 13, glaube ich, genommen oder 15. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es tut mir leid. Natürlich 16 gibt es trotzdem nicht, sollte Leclerc irgendwie wieder zurückkommen. Los geht's. Vollgas, Lasurce. Das ist schon mal etwas weiter anbremsen. Ich hätte noch weiter nach innen müssen. Da komme ich auch von der Strecke. Die Reifen sind zu abgelutscht. Jetzt geht es auf die Rouge-Ralillon-Passage. Nur die mittlere Kurve heißt Rouge, natürlich diese hier. Und das ist ein perfekter Exit. Sehr, sehr gut. Beim Rausbeschleunigen nehme ich immer gern ein bisschen mehr Platz rechts mit. Dann kannst du auch mehr Schwung mit rausnehmen. Ich mag das unnormal gern hier. Die Strecke ist einfach perfekt. Dann geht es hier in die etwas engeren Passage. Hier nicht den Körper richtig berühren. Links auch gut drüber gekommen. Und da links nehme ich viel Schwung mit. Ist aber auch das Kismet gefährlich nah. Soderla. Dann runter diesen kleinen Berg. Nur nicht zu früh aufs Gas gehen. Für eine detailliertere Anzeige sollte morgen auch die Hotline kommen. Oder falls ihr nicht zu lange warten wollt auf TikTok, ist die schon online gekommen. Schaut gern vorbei. Jetzt geht es Double-Gouge. Zweimal links, Kurve 10 und 11. Sehr, sehr genial die Kurve. Hier gab es normal etwas Track-Limits, aber hier im Training ist das, denke ich mal, noch nicht so eine große Sache. Dann in den letzten Endsektor. Da habe ich mich ein bisschen verbremst. Den Reifen und auch meinem Talent geschuldet. No front. Hier geht es dann. Der Exit ist unnormal wichtig, weil ab hier geht es Full Speed. Da war ich ein bisschen im Gras, aber trotzdem immerhin noch gut rausgekommen. Hier auch den grünen Grasen. Ich schaue immer, dass ich links diesen Grasen weggehe. Das wurde jetzt alles schon weggenommen hier. Ich bin auch gespannt, wenn wir das in Formel 1 sehen. Vermutlich erst in Formel 1 25 oder so. Also ich weiß, wie lange alleine die Boxen einfach von Brasilien gedauert hat, bis die ins Game gekommen ist. Also hier werden wir vermutlich keine Änderungen mehr dieses Jahr sehen. So, da ist natürlich auch viel Arbeit mit diesen Ernst-Scannen und die K.I. trainieren und so weiter. Aus Bastop hier raus, diese letzte Schikane. Und das war eine Runde hier auf der atemberaubenden Spa-Franco-Chance-Ökert. So, da. Und wir kommen hier noch einmal zum Training. Das Chalet, habt ihr es gesehen, oben am Berg. Also dieses Holzdachgestell, das wurde komplett entfernt. Das ist natürlich Stade, aber für die Sicherheit muss man hier einiges tun. Und wir wissen, wie schnell das gehen kann. 2019 hat Juan Iber, aber auch in der W-Series letztes Jahr. Und auch Norris, der hat sich richtig schwer hier getan. Trotz auch generell, viele, viele Unfälle hier auf dieser Strecke. Und vermutlich auch die Angst vor dem Nicht-mehr-Verbleiben der Formel 1 hier hat die Veranstalter vermutlich dazu gebracht, das Ganze zu ändern. So, unser erster Versuch. Wie immer werden wir den nicht ganz zeigen. Wir sollten es eigentlich easygoing ins Q3 schaffen. Easy ist nix, aber ihr wisst ja, was ich meine, denke ich mal. Zack hier, oh, ruhig, rauf, zack. Zack, das war sehr, sehr klar. Ich bin weit hinten geblieben, keine Track-Limits und so weiter, habe ich hier mitgenommen. Und das sind wir hier in Sektor 3. Blanchiment natürlich habe ich auch vergessen, die Linkskurve hier jetzt. Auch sehr, sehr, natürlich jede Kurve gefühlt hier. Bux Hill gibt es auch noch, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Jede Kurve hier, eigentlich traditionell, jede Kurve hier. Ja, atemberaubend. Ich liebe diese Strecke wie keine zweite. Natürlich Spielberg als Österreicher ist auch eine gute Strecke. Aber gerade Belgien, Monza, Suzuka, das sind die Strecken, die einfach die Formlines geprägt haben. Aber auf meiner Meinung nach eher Fuji als Suzuka. Aber natürlich ist Suzuka auch von der Charakteristik her eine ähnliche Strecke. Wir sind durch. Ich werde nach einem Run eigentlich immer wieder ab. Ich habe auch probiert, einen ähnlichen Helm wie Leclerc zu bekommen. Ich hätte das Grün vielleicht in Rot ändern sollen. Aber ich finde den Helm zu genial mit diesem Dunkelgrün. Das reicht für 1,2 Sekunden Vorsprung. Ja, das war eine gute Runde. Eine sehr, sehr gute Runde. Aber natürlich, um Weltmeister zu werden, heißt es auch konstant im Rennen zu sein. Und da ist Regen angesagt. Seid also gerne gespannt auf morgen. Eine Sekunde war mir zum Schluss schneller. Aber ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall weniger werden. Ich bin hier Fullspeed alles gefahren, was gegangen ist. Und jetzt geht es also in unser Q2. Früher wäre das jetzt das gewesen. Rennen ist Regen angesagt. Wie gesagt, guckt mal oben rechts. Früher wäre das gewesen, wo ich mir Gelb genommen hätte oder so. Aber jetzt ist es natürlich mit der freien Reifenauswahl viel, viel einfacher. Das ist ganz, ganz klar. Los geht es in unseren Q2-Versuch. Ziel ist natürlich, ins Q3 zu kommen. Und ja, in einem Versuch, keinen Fehler reinzuhauen. Los geht es. Aus erster Kurve heraus. Sehr stabil. Hätte vielleicht ein bisschen Ticken zu früh aufs Gas gegangen. Sonst alles okay. Wie gesagt, hier links oben, das Charlet wurde weggenommen. Man hat hier den kompletten Hang abgegraben, um eben hier die maximale Sicherheit zu gewähren. Ganz, ganz tolle Geschichte. Ganz, ganz tolle Sache. Unser Top-Speed-Wert ist nicht so groß, würde ich mal sagen. Mit 330. Ich fahre in meiner privaten Zwei-Spieler-Karriere mit meinem Bruder. Da bin ich mit dem Mercedes viel langsamer. Also ja, es ist schon schnell. Aber mein Bruder fährt mit dem Red Bull in der zweiten Season 340 kmh. Und ich dann mit meinem Mercedes nur 225 Maximum. Ist dann schon ein bisschen weird. Aber hier runter, zack, Maximum Speed und vor allem Maximum Schwung mitgenommen. Das ist auch eine meiner Lieblings-Passagen. Hier die Doppel-Links, einfach nur genial. Wieder die Track-Limits maßlos überschritten. Aber ich glaube, der hintere Reifen könnte noch drin gewesen sein. Zadala. Jetzt auch diesmal den Scheitel perfekt getroffen. Nicht zu spät gebremst. Da fahre ich auch immer gern. Ja, das war viel zu weit draußen. Das war viel zu weit draußen. Aber, zack, hier, Lille im zweiten Sektor, eine 1.16.1 ist schon ordentlich. Ich bin sehr gespannt, auch wie die Formel 1-Fahrer heute so das Ganze managen werden. Mein Tipp, meinen kompletten Tipp auch fürs Rennen morgen. Könnt ihr gern schon auf TikTok verfolgen. Also seid da gern gespannt. Wir sind auf jeden Fall hier. Zadala. Zing und Tung. Und das war die letzte Kurve hier. Eine komplette Runde hier ins Parfunkische 1.144.8 ist schon ordentlich. Ich denke mal, die Formel 1 wird das heute knacken können, auf jeden Fall. Und wir beginnen auch mit meinem Tipp. Ich weiß, wir sind noch nicht in U3, aber wir werden es da auf jeden Fall locker hinschaffen. Mein Tipp fürs Rennen ist auf jeden Fall heute, auch fürs Qualifying, nachdem ja, ich weiß nicht, ob ich, ich werde vermutlich die Aufstellung sagen, mit den Strafen wird eingerechnet. Ich denke mal, das Ganze wird sich Sainz holen. Vor, wenn es regnet, wird Russell sehr stark sein. Ich sage, ne, weirte These, es wird Sainz vor Leclerc. Nein, Blödsinn. Es wird Sainz vor Hamilton, George Russell und Jaco Perez als Vierter. Es wäre eine coole Aufstellung und wäre auf jeden Fall sehr spannend, das Rennen. Wird auch sehr spannend zu sehen, wer morgen dann die Karten vorne, äh, wer morgen dann die besten Karten hat. Wir sind hier anscheinend in der Box von Jesus, wie es hier leuchtet. Und jetzt geht es in unseren finalen Run. Es wird mir einen geben. Ich wollte, ich bin zwei gefahren. Nur beim zweiten konnte ich einfach keinen Grip mehr finden und war, ja, zu spät dran eigentlich. Deswegen hier die maximale Anlaufdistanz und los geht's. Das finale Quad-Effekt hier in Belgien, Spa-Francorchamps. Erste Kurve, okay getroffen. Diesmal auch den Scheitel schön mitgenommen. Beim Raustbeschleunigen nur nicht zu lange auf dem Körper drauf bleiben. Das kostet dann Zeit. Und jetzt geht's hier rauf. Au-Rouge, zack, links ganz leicht berühren und beim Raustbeschleunigen Maximum mitgenommen. Jetzt auch nicht mehr zu weit raus tragen lassen. Bis jetzt war es eine ordentliche Runde. Und jetzt geht's dann in diesen, ja, kurvigeren Teil. In die Rechtskurve. Nur nicht hier zu weit drauf fahren. Linkskurve. Mehr Schwung mit raus nehmen. Und die Rechtskurve. Oh mein Gott. Die bin ich unnormal perfekt gefahren. Unnormal. Und jetzt hier die lange. Ich glaube, das ist Bugs Hill. Ich bin mir nicht sicher. Bitte nehmt es mir nicht zu ernst. Landon Orgis 9, 45, 005. Saut er auch hier runter beschleunigen, die Track Limits. Ja, über die denken wir jetzt mal nicht nach. Und dann hier, zack, Vollgas. Wir waren sogar drin in den Track Limits. Ja, da bin ich viel zu weit rausgekommen. Ich wollte nicht mehr einlenken. Sonst wäre das Heck gekommen. Carlos Sanz, 2 Zehntel schneller als Nori. Und jetzt hier in den letzten paar Kurven, bevor dann der letzte Sektor beginnt. Saut er la. Die Rechtskurve. Das ist der zweite Sektor. Purple. Ne, 1,15, 5 halbe Sekunde schneller als 6 Zehntel. Schneller als vorhin und 1,5 Sekunden schneller als der erste Panocon. Das ist das Richtförmliche nach Bestzeit, Leute. Und wir haben einiges aufzuholen gegen einen Max Verstappen, der dieses Jahr eine richtige Macht ist. Und auch ein machtvolles Auto hat. Jetzt geht's am Blanchiment durch. Sehr sauber. Keine Track Limits. Und stopp hier durch. Und beim Rausbeschleunigen nehme ich immer gerne ein bisschen mehr Körper mit. Da hast du mehr Kolib. Das war hier eine Runde. Eine 1,44, 4. Und das sollte die Polezeit sein. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist einfach nur phänomenal. Was für eine geile Strecke. Das ist es auch, Leute. Ob es die Pole geworden ist, guckt gerne morgen vorbei. Abonniert den Channel unbedingt gerne. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall auch das Rennen. Morgen wird sehr spaßig. Wir werden sehr durchwachsende Bedingungen haben. Wie eben halt immer in Belgien. Danke fürs Zugucken. Wir werden uns hoffentlich morgen sehen. Hotlab. Und auch das Rennen. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Auf etz.tobi. Links nur alle unten in der Bio. Und ja. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich, dass ich wieder back bin. Ich hoffe, es kommen wieder öfters Videos. Nächste Woche geht's auch direkt nach Zahnfurt. Abonniert den Channel gerne. Kostlos. Und dass nichts mehr passt. Bis morgen oder später. Und ciao. Untertitelung des Zahnfurt.